. . Haas mit dem Abschluss. Riesenchance hier. Und dann fällt dieses Tor dann doch noch für den SFM. 24. Spielminute. Der Rückkehrer, Gaito Haas. Das zahlt sich bereits ein erstes Mal aus, hier. Die Zuge, Margini. Den Schuss hat Krüger abbekommen. Wieder Rowe. Torausgleich 1 zu 1. Rowe, Rowe, Rowe. Rowe, Rowe. Nächster Aufschluss von Morand. Morand mit dem Foulspiel hier. Strafe angezeigt. Die Berner aber mit dem Tor durch Jan Murszak. 31. Spielminute. Nach Rowe. Jetzt auch Murszak. Bereits mit seinem zweiten Tor in dieser Finalserie. Eberberg. Und Eberberg. Dennis Eberberg. 2 zu 2. 2. 40. Spielminute. Zweites Powerplay-Tor. Der Sehfall zu. Heim. André Heim. Mit der Möglichkeit. Und dann ist das Tor aber da. Gregori Scharoni. Mit der Entscheidung. Jetzt definitiv. Feierabend. Für Kari Alonen. 65. Spielminute. Jetzt ist Feierabend. Für Kari Alonen. Für Kari Alonen.